Guten Morgen am heutigen Mittwoch mit einem Blick in Gold, in britisches Pfund, US-Dollar, das Cable also und in Euro, japanischen Yen. Das die Tagescharts mit interessanten Ideen, gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Und bevor wir in die Märkte und die Vorbereitung gehen, an dieser Stelle erst einmal auch noch willkommen, allen live zuschauen und wie immer auch die Bitte, wer Fragen hat, bitte rein in die Chats hier bei uns auf Facebook und auf GoToWebinar. Zum Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Die Nachrichten für den heutigen Tag. Es wird gleich morgens etwas spannend hier um 9.30 Uhr, also eine halbe Stunde nach Marktstart hier, spricht EZB-Präsident Draghi. Das kann immer Bewegung geben, gerade mit Blick auf den Euro oder auch auf den DAX. Wir bekommen um 10.30 Uhr aus Großbritannien den Verbraucherpreisindex. Heute Nachmittag dann um 16 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Öl übrigens im Kleinen mit einer SKS. Die schauen wir uns nachher auch mal an. Und um 20 Uhr gibt es dann das FOMC-Sitzungsprotokoll. Wird also wieder ein spannender Tag, wenn wir nur mal auf die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag auch mit schauen. Um 10.30 Uhr gibt es dann aus Großbritannien noch ein paar Rundum-Informationen zum Verbraucherpreisindex. Hier auch den Erzeugerpreisindex. Wir bekommen ein paar Reden heute seitens der EZB und auch den FOMC-Mitgliedern. Also alles das, Hans-Han. Guten Morgen. Also ein paar wichtige Nachrichten haben wir heute da. Manchmal kommen auch ein paar ungeplante Sachen, wie wir das gestern gesehen haben, in Großbritannien zum Thema Brexit. Wahrscheinlich eine neue Abstimmung, ob es dazu kommen soll oder nicht. Was ist passiert? Pam, ist der britische Fund US-Dollar einfach nach oben geschossen und dann wieder abverkauft worden? Das sehen wir gleich dann in den entsprechenden Kerzen im Chart. Also gehen wir rein in die Tageskerzen, Wochenkerzen, was auch immer uns hier das Herz beliebt. Wir starten mit einem Blick in Gold. Gold, groß im Abwärtstrend. Dann hatten wir hier zwischendrin mal diesen Schub nach oben untergeordnet, gebildet. Ein Aufwärtstrend hin und her. Wie geht es hier weiter? Das ist die große und wichtige Frage, die wir uns jetzt mit Blick auf den Chart von Gold hier an dieser Stelle stellen müssen oder dürfen. Auf alle Fälle ist interessant zu sehen, wie dynamisch der Abverkauf hier gestartet hat. Jetzt kommt in den letzten Tagen erstmal so ein kleines bisschen Ruhe mit rein. Aber wir müssen immer noch auf der Hut sein. Was kann hier an dieser Stelle passieren? Wir sind hier unten an einem oder in der Nähe eines Bereiches. Das ist so die Marke um die 12,66, 12,70. Beim Gold, das ist im Bereich, da ist der Markt hier schon zweimal aufgesetzt und direkt wieder nach oben gedreht. Das müssen wir hier an dieser Stelle immer wieder mit dem Hinterkopf behalten. Wir haben es auch gestern gesehen. Der Markt lief runter und kam direkt zurück. Das heißt, dieser Bounce-Bereich hier unten, der ist weiterhin aktiv und der wird in der Vergangenheit zumindest von den Markthernehmern mitgenutzt. Was kann kommen? Wenn wir einen Absprung nach oben hin sehen, wir gucken uns das Ganze am besten mal in der Stunde an. Wenn wir hier im laufenden Abwärtstrend, ist das, was wir hier sehen, natürlich erstmal nur eine Korrektur. Und jetzt kommt das Aber. Sollten wir hier unten tatsächlich einen Absprung sehen, an welcher Stelle der auch immer beginnt, das ist relativ egal an dieser Stelle, in diesem Punkt, wann das hier losgehen kann. Wichtigerweise ist, wir sind halt hier in diesem Bounce-Bereich drinnen und hier kann es jederzeit passieren. Das heißt also, wenn wir jetzt beispielsweise etwas sehen wie hier, dass wir, würde ich sagen, hier aufsetzen oder hier unten ransetzen und dann plötzlich oben rüberspringen über wichtige Bereiche, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier nach oben abspringen. Das wäre das Szenario für einen Rücksetzer. Wo kann der Markt hinlaufen? Da orientieren wir uns ganz gerne wieder an den wichtigen Bereichen, die wir hier sehen, im Abwärtsschwung, den wir hier haben, also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Da sehen wir die Hochbereiche und diese Bereiche, das sind natürlich dann schöne Anlaufmarken für so einen Rückzug nach oben hin. Weil wenn wir uns das im Tagesschart mal anschauen, die Chance ist natürlich da, dass wir schön nach oben laufen können. Und wie schon gesagt, wir haben hier ein paar Marken, die auch da sind und wir haben es ja in den letzten, sag ich mal, Wochen auch immer mal wieder gesehen. Wenn wir an den Aktienmärkten holprige Phasen bekommen, dann war der Goldpreis hin und wieder mal auch eine Marke, wo gekauft wurde. Wenn dann plötzlich die Angst wieder rausgeht, die Märkte sich etwas entspannen, Herr Trump weniger twittert, dann kommen die Märkte plötzlich wieder ein bisschen in Schwung. Zumindest der Abgabedruck lässt nach und das merkt man dann im Gold. Dann geht der Goldpreis plötzlich wieder nach unten. Das ist also momentan ein ständiges Hin und Her. Aus diesem Grund ist das fürs aktive Trading auch ganz gut geeignet. Bricht der Markt hier allerdings nach unten weg, dann haben wir hier einfach die Fortsetzung des laufenden Abwärtstrends im Gold. Heißt also, das wäre dann hier dieser Rutsch nach unten. Den können wir hier durchaus auch erwarten und damit wäre das dann die Fortsetzung des größeren Schwungs, den wir hier aktuell von oben nach unten haben. Zum Anlaufpunkt dann als nächstes hier, wir sehen es den Widerstand, nein die Unterstützung bei 1250 US Dollar. Das wäre dann der Blick nach unten. Je nach Zeitansatz bietet sich hier auf alle Fälle auch der ein oder andere Trading Stil mit an. Dann nächster Wert, den wir uns anschauen, ist, wir schauen mal wieder nach Japan. Ich hatte es gestern erwähnt, muss ich sagen, immer gut zu sehen, was die anderen Märkte in so einem Yen machen. Ja, wir haben gesehen, bei vielen Yen-lastigen Währungspaaren hatten wir ja schön hier den Spike nach unten im Januar. Dann die schöne Gegenbewegung und mittlerweile sehen wir bei vielen Währungspaaren den Schub nach unten. Und das ist interessant und das kommt nicht alles zur selben Zeit, sondern Stück für Stück nacheinander. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich das hier mal anschaut, beispielsweise hier im Schweizer Franken, japanischen Yen. Selbes Spiel, entschuldigt, wie der Chart hier aussieht, ein bisschen unsauber. Da sind andere Grafiken drüber. Ich denke aber, das Bild, was wir hier sehen, ist auch identisch. Und das, was wir hier haben, ist auch schön zu sehen. Dieses Auflaufmuster hier nach oben. Ich denke, das schauen wir uns auch mal in Kürze noch näher an. Wenn wir hier Umkehrsignale bekommen, dann haben wir nämlich auch den Weg nach unten frei. Nun aber zurück im Euro, japanischen Yen. Hier haben wir sehen, den Markt am Tief bei 122,079. 122,079 hatten wir hier das Bewegungstief und das ist dann auch übrigens im großen, übergeordneten Trend, der jetzt mittlerweile auch abwärts gerichtet ist. Das sehen wir ja hier. Hier sind alle Marken auch rausgenommen worden. Und hier haben wir schön den Bewegungstrend. Beide stehen schön weit in ihrer Bewegung. Dann kam die Korrektur und die lief interessanterweise hier wieder in ein Level rein, was wir hier schon mal kurz angetestet hatten. Was also ein Widerstand gewesen ist, was immer noch ein Widerstand ist. Gestern dann, nach diesem, sag ich mal, zögerlichen Anlaufen, wo man am Anfang so den Eindruck hatte, na wo will der Markt denn jetzt hin? Der kommt so nicht richtig vom Fleck, aber der Druck nach unten kam auch nicht. Also, gestern dann kam wirklich Schub nach oben. Wir sind mal drüber gelookt über diesen Widerstand hier bei knapp 123,04. Und jetzt, tja, wie geht es weiter? Wichtige Marker, was haben wir? Wir haben zum einen das Tageshoch von gestern. Das müssen wir uns mal genauer anschauen, weil da oben kommt dann wieder die Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik hier ins Spiel. Fällt der Markt allerdings weiter ab, wäre das das ideale Umstiegssignal, wenn der Markt wieder runterläuft. Heißt also, mit Blick auf diesen kleineren Trend hätten wir dann hier an dieser Stelle die korrektive Phase. Und die, wenn die umdreht, dann setzen wir den ganzen Spaß nach unten fort. Und dann haben wir hier als nächstes die Zwischentiefs sozusagen aus dem Stundentrend. Das sind ja auch die Tagestiefs bei 122,674 beziehungsweise 122,536. Und dann haben wir hier unten auch schon die 122,079 als Support. Und dann bricht das weg, dann sind wir an dem Punkt, dass wir uns auch hier in Richtung dieser 118,785 orientieren können. Ob es da unten weitergeht, wie es da unten weitergeht, ich weiß es nicht. Es ist auch völlig egal. Wir stehen jetzt hier, wo wir stehen. Und das sind hier auch unsere Chancen. Wie immer, mit Blick noch in den Stundenchart hinein. Der verrät uns nämlich hier, wie es weitergeht. Und das ist hier, was ich gerade auch gesagt habe, der große, trendige Markt, der läuft schön weiter nach oben. Was wir jetzt hier sehen, ist erstmal ein Gegentrend. Aber immer noch die Korrektur. Spannend, was er jetzt hier macht. Wir sind hier in einem Ausbruchsbereich drinnen. Der könnte durchaus als Support gelten. Wenn wir hier wieder hochlaufen, wäre das dann das Zeichen, dass wir weiter erstmal in die regressive Phase hineingehen. Wenn sich das Ganze hier im Stundentrend dann allerdings nach unten fortsetzt, dann schwingen wir schön runter. Und das sind dann genau die Indizien, die wir brauchen, damit wir hier aus dem Markt nach unten auch mit rauskommen. Dem ein oder anderen mag das an dieser Stelle auch helfen, wenn wir hier mit Trendlinien arbeiten. Das heißt, wer das Ganze möchte, der zieht sich hier einfach eine Trendlinie ein, indem er das Ganze verbindet. Und wenn der Markt hier unten drunter läuft, dann haben wir entsprechend auch das Signal zum Verkauf. Also für die Abwärtsrichtung, dass der Markt eher nach unten trenden möchte als nach oben. Viele Hinweise gibt es und je nach Zeithorizont und Tradingstil bieten sich da auf alle Fälle gute Marker. Wie schon gesagt, spannend, was jetzt hier am Support passiert. Und darunter wäre es dann Abwarten und Tee trinken, ob wir wirklich unter den entsprechenden Support laufen und die Trades dann weiter fortführen können, um den Jahrestiefpunkt nochmal anzutesten. Also das bleibt hier. Und wenn ich sage Abwarten und Tee trinken, heißt es an dieser Stelle jetzt nicht nicht traden, sondern einfach den laufenden Bewegungen genügend Raum geben. Das heißt, hier wirklich cool zu bleiben, zu schauen, läuft die Strategie denn noch und das Ganze dann wirklich schön nach unten mit zu begleiten. Das also hier im Euro-japanischen Yen. Und damit gehen wir noch rüber zum Cable. Das Ganze auch wieder im Tageschart erst einmal anzuschauen. Hier sehen wir es. Das hatte ich vorhin gesagt. Wir haben hier gestern diese Spiky Candle gehabt. Da kam die Nachricht raus. Ich dachte, hoppsala, was passiert denn jetzt? Ich habe dann erst mal die Nachrichten gecheckt, ob ich irgendwas übersehen habe. Wir machen ja morgens immer unseren Nachrichtencheck. Es stand halt nichts Geplantes drinnen. Ja, und dann kam dann raus, dass hier nochmal was zum Thema Brexit-Abstimmung gesagt wurde. Da hat es den Markt einfach kurz nach oben getrieben. Wir haben es gesehen. Das Spike High ist über die Tageshochs der Vortage drüber gelaufen. Und dann hat es sein Ende bei 1,28137 gefunden. Und dann kam direkt der Druck wieder nach unten. Und am Tagesende ist nichts passiert. Also alles easy peasy sozusagen. Wir können uns hier auf das große Bild konzentrieren. Das ist abwärts gerichtet. Und wir stehen jetzt hier schon wieder nahe dem Tagestief von gestern. Um die 126,851. Brechen wir weiter runter. Hier sehen wir es auch. Es ist ein freies Feld da. Die Bewegung ist zwar schon weit gelaufen. Die Bewegung kam mit hoher Dynamik. Aber es ist halt auch noch Potenzial da. Also wenn man mal einfach hier vom Measured Move ausgeht und das mal oben ransetzt bis hierhin. Und das Ganze dann unten ransetzt. Dann sieht man, dass in der Theorie noch deutlich Platz da ist nach unten hin. Das heißt, das Potenzial ist hier längst noch nicht ausgereizt, bevor eine Korrektur anfängt. Und damit, wenn das Ganze hier nach unten fortgesetzt wird, haben wir die Chance weiter gen Süden zu laufen. Großer Support hier im Chart. Die 1,24770. Das ist übrigens auch, wenn wir uns das Thema mal in der Woche anschauen. Das ist hier dieser Wochentrend, der nach unten läuft. Das wäre dort das aktuelle Trendtief. Das heißt, das was wir hier momentan auf Tagesbasis sehen, ist einfach der Bewegungstrend der Woche. Und damit haben wir hier auch zwei Relationen, die hier miteinander spielen. Die wir hier mit reinnehmen können, um das ganze Spiel nach unten hin zu traden. Also den Ausschlagpunkt gibt hier unten das Tagestief von gestern. Da kommt dann wieder rein. Entweder es kommt Schwäche und der Markt dreht wirklich unten rum. Oder wir kriegen einen Fehlausbruch und dann gibt es den Bounce nach oben. Heißt also, wenn wir hier unten plötzlich Stärke reinbekommen, könnten wir durchaus wieder ein Stück weit nach oben laufen. Wie weit es geht, es ist ein bisschen tricky, das Ganze zu sagen. Weil diese Kerze hier hat natürlich gestern einiges an Orders rausgenommen. Sonst wäre dieser Move nicht so stark gewesen. Wenn man sich mal orientiert, ich denke mal, wenn wir hochgehen, möglicherweise hier Richtung Tageshoch. Von gestern könnte das dann doch ein Stück laufen im Rebound. Je nachdem, wie weit das Ganze entsprechend ausatmet. Wir haben hier auch noch den Widerstand drinnen. Hier um diese Marke von 1,27,7,2 beziehungsweise dann hier oben, wenn wir uns mal auf diesen Trend beziehen, auf diesen Abwärtstrend, den rot markierten, haben wir hier das Ausbruchslevel bei 1,28,6,5,6. Das wäre auch ohne weiteres möglich, dass wenn wir hier einen ordentlichen Rücksetzer bekommen, diesen Bereich auch anlaufen. Wir sehen es ja, wenn wir uns diesen Trend angucken, die Rückläufe waren immer ganz ordentlich, auch ordentlich hoch immer. Das heißt, wir haben die Chancen. Wir müssen einfach nur rumschauen, was hier unten passiert, um das Ganze dann mit zu traden. Da kann auch die Stunde Ausschlag geben. Wir sehen es jetzt hier gestern. Dieser Schub nach oben hat natürlich erst mal den Abwärtstrend der Stunde beendet. Und wenn jetzt hier Stärke reinkommen sollte, wir also keine nachhaltigen neuen Tiefs machen, dann wäre es möglich, dass der Markt nach oben rumdreht und hier einen Aufwärtstrend bildet und dann in die tiefere Korrektur reingeht. Das müssen wir einfach nur abwarten. An der Stelle einfach cool bleiben, warten, bis der Markt das spielt und dann nach oben umzudrehen. Und darauf kommt es immer an, auf die Strategien zu warten. Und auch sowas, wer sowas wie gestern hier sieht, der Spike nach oben, das ist interessant. Und wer sich sowas in den Kleinstzeiteinheiten dann anschaut, ich muss das Ganze mal kurz klein zoomen, dass wir hier ein bisschen besser reinschauen können. Hier, da oben lief der Markt dann rein, runter, hoch, hier hat sich der Abwärtstrend gebildet. Also das sind so die Phasen, wo man einfach sagt, wer hier auf Trends wartet, kann auch in den kleinen Zeiteinheiten richtig, richtig gutes Geld verdienen. Wenn wir so einen Spike nach oben sehen, hier haben wir es gesehen, wirklich, wir haben hier die Trendentstehung gehabt, der Schub nach unten und wir haben sogar hier eine abwartende Haltung bekommen. Also diese Chartmuster, die ich hier immer beschreibe, die sind auch immer noch wirklich sehr, sehr schön mit da hier in diesem Bereich, dieses leichte, ich würde mal sagen, dieses Richtung Keillaufende. Das sind die Muster, die wir hier sehen und wer sowas auf der Uhr hat, der kann ohne weiteres das Ganze auch für das kurzfristige Trading auch mit nutzen. Bleibt spannend und solche Sachen sind immer Geschenke vom Markt, wer das sieht, das sind Einladungen, wo man sich gut und gerne mit ransetzen kann. An dieser Stelle sage ich wieder Danke für die Zeit, ich entlasse uns jetzt alle in den Handel. In knapp 10 Minuten startet hier die Börsenphase in Frankfurt, 9 Uhr geht es los. Danke für die Zeit, allen gute Trades und bis morgen. Tschüss.